Wollte man noch eine Leonados Maschine machen. Und zwar die da oben. Äh, ja, ja, da, bap, bap, bap. Da wollen wir hin. Aber ich glaube, ich gehe erst mal beim Doktor vorbei. Weil wir haben da ein bisschen sehr wenig Leben. Ich guck mal die Nase wieder. Ist auch so ein Phänomen. Aha, wieder Kohle eben da auf dem Triff. Geld auf der Bank ist immer gut. Aber eigentlich nicht. Besser ist man das Geld zu Hause. Ich trau den Banken nicht wirklich. So, warte mal, da hinten ist ein Doktori. Den holen wir uns jetzt. Jaja, du mit deinem Elixier aus Blei und Granatapfel. So, Moment. Das haben wir voll, das haben wir voll. Okay. Gut. Dann holen wir uns mal das hier, ne? So, Kriegspläne. Den Tempelaufseher eliminieren. Karte finden. Position von einer Leonardos Kriegsmaschine anzeigt. Den Aufseher mit einer Rauchbombe betäuben. So. Wie viele Rauchbomben haben wir? Drei. Okay. Moment. Das da sind normale Borgia-Wachen. Der Kollege müsste da hinten drin irgendwo sein. Da ist er. Noch ein Kondortiero. So, warte. So, weg. Oh, die anderen sind gleich sofort weg. Cool. Kriegspläne erhalten. Einmal. Zweimal. Dreimal. Äh. 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 Bewohl zu hin. Nase, Bär. Jetzt habe ich aber zwei Rauchbomben auf einmal verprallert. Naja, gut. Egal. Was soll's. Kann man sich ja wieder kaufen. Ja, super abgerollt. Ich bin mal gespannt, was das für eine Kriegsmaschine hier sein soll. Flup, 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 flup. Bomber. Ach, das ist das Fluggerät. Geil. Da können wir wieder in der Gegend rumfliegen. Jetzt haben wir ja in Venedig so schön hingekriegt. Flugmaschine 2.0. Leonardo hat seine Flugmaschine mit einer leichten Kanone ausgestattet. Aha, da oben auf dem Dach. Und so eine tödliche Flugwaffe geschaffen. Die Borgia dürfen sie niemals einsetzen. Bei Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden. Ja, sonst noch. Sonst noch irgendwas. So. Den Architekten des Bombers finden. Äh, aufspüren. Naja, gut. Wo rennt der Kollege rum? Freundchen. Wo bist du, Kollege Architekter? Aha, da hinten. Da bist du. Oh oh, er sieht mich. Schöne, enge Hose. Wie kannst du meine Hose sehen? Ja, ja, ja. Jetzt sieht er mich. Bitteschön. Da rennt noch ein Architekt rum. So, Freundchen. Dann mal gleich hinterher. Mal gucken, wo er hinlatscht. Das ist wahrscheinlich seinem Kollegen da hinterher. Uah. Ey. Bist du ziemlich paranoid, mein Freund. Oder? Kann das sein? Ja, was? Verprügeln. Auch noch. Na komm. Das gibt's aufs Maul. Gebt mir die Pläne. Nein. Keinesfalls. Halt. Halt. Wo sind die Pläne? Hinter den Wachen. In meinem Haus. Es ist das Letzte. Und die Maschine? Im Turm ganz oben. In der Festung. Grazie. Grazie. So. Also, Baupläne wieder mal zerstören. Und dann den Bomber mitnehmen. Wir sind ja schon mal mit dem Ding geflogen. So. Jetzt. Wie komm ich da rein? Uah. Ah. Komm mal übers Dach. Müssen wir mal schauen hier. Quatsch. 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 Schnell. 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 Zieht mich nicht. Blöd, Mann. Das ging ja mal leicht. Also, ich hab mal... Ich hab mir das bedeutend schwerer vorgestellt. Zack. Gut. Jetzt. Irgendwie muss ich jetzt zu diesem Ding da oben kommen. Ah, gut. Krieg mal hin. Geh weg! So. Gut. Jetzt. Wie komm ich da oben hin? Da irgendwie muss ich rein. Okay. Sehen die mich? Nein. Die sehen mich natürlich nicht. Das ist gut. Halt. Schön, wie die Sonne hier so scheint. Und... Hopp. Hopp. Uah. Ach, verdammt. Oh, oh. Noch sehen sie mich nicht. Die Borgia Affen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut. So. Und... Zack. Na also. So, ob er von da unten nicht da auf das Ding da hopsen könnte. So. Da oben, da will ich drauf. So, warte mal. Ich muss mal gucken, dass der... Ja, war erfolgreich. Wunderbar. Da unten sind auch noch zwei Kameraden. So, aber ich will jetzt erstmal den da weg machen. Der da stört mich. Da unten sind auch noch zwei. Gut. Checkpoint. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich da irgendwie auf den Turm da rauf kommen. Jetzt Frage. Wie machen wir das am geschicktesten? Darum, da rüber. Hm. Ja, halt die Klappe. Ja, ist es auch nicht. Gut. Die zwei werden auch mal weg. Oh, oh. Was? Ich hab den weggemacht, bevor er alarmiert hat. Du Sack. So ein Quark. Du, die dobs da, die da da, du da. Weg. So. So, stehen da oben noch. Gut Jetzt will ich mal was anderes ausprobieren Da unten ist ein Checkpoint, da will ich hin So Na also Herrschaftszeiten noch einmal Und ich dachte schon, das wäre schwierig Man muss nur ein bisschen überlegt Hier an die Sache rangehen Und dann Funk zunuckelt alles Also man baut solche Turmkonstruktionen Und vor allen Dingen Die Wachen, wie sind die da hochgekommen überhaupt Wie haben die das Ding überhaupt da hochgekriegt Das Ding da irgendwie öffnen? Achso, halt Die ersten Entwürfe waren fehlerhaft Alle, die sie ausprobierten, starben Ein paar explodierten da Aber wir wissen, dass dieser funktioniert Warte mal Wenn ich mich jetzt da langsam ranschleiche Tschüss So Gott Das wäre erledigt Hallo, meine Hübsche Hast du mich vermisst? Sie wollen noch mehr Waffen herstellen Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten So Warte Und Haha So, warte Au, au, au Warte Die Das kann man ja dazu benutzen Genau, um wieder aufzusteigen Sehr gut Warte Und Aha Warte Da Da Abstürzen wollen wir nicht Ich muss wieder an Höhe gewinnen Ich bin wieder ein bisschen viel zu niedrig Hopp, hoch Jo Wunderbar So Anflug Auf Den nächsten Warte, ich muss wieder hoch So Und Gut Ich komme immer zu niedrig Hopp, hoch Sehr gut Das Ding ist immer noch ganz Ah, also Geht doch Hopp, hoch Ach, jetzt bleibe ich hier an der Stelle stehen Gut Da haben wir noch eine Feuerquelle Da will ich jetzt auch noch hin Dass ich wieder ein bisschen hochkomme Und ein bisschen an Auftrieb gewinnen So Ist schön Da komme ich so nicht hin Jetzt im Moment So Warte Wir drehen jetzt erstmal eine Runde So Hier können wir jetzt wieder hoch Hoffe ich mal Jo Aha Gut Oh Oh, wir sind richtig hoch Ah, nicht getroffen Scheiße So, jetzt aber Die waren nicht getroffen Ey, Alter Na, also So will ich das doch haben Warte Hoch, bitte Ah, verdammt Da war ich zu niedrig Mist Das war nicht gut Hoch, hoch, hoch So So, jetzt nochmal Kommt nochmal Einmal drauf noch Ja Warte Ob ich jetzt mit Ziel Wunderbar Warte Du Komm Vorsicht Vorsicht Ich muss wieder an Höhe gewinnen Ich bin zu niedrig Komm, komm, komm Übers Feuer Komm Na, also Geht doch So Jetzt noch Ammo kurz hoch Wunderbar Und Hopp, Knall drauf Wunderbar Na, wo bist du? So So, da war der Erste Da hinten ist der Zweite Ja Wo kann ich denn hier aufsteigen? Ich komme wieder zu niedrig Warte Warte Den Den hole ich auch gleich So Jetzt Da hinten Da bist du Oh Der ist schon ziemlich weit Nein Du entwischst Mir nicht Ah Verdammt Ja, komm 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 Put, put, put Oh, wieder getroffen Oh, jetzt Da war Ich muss ehrlich sagen, das mit der Flugmaschine Das ist mitunter eins der schwierigsten Gut Noch den anderen Ich da noch Und Boing Ey Na also Noch einer Oh Noch einer Hoch So Umdrehen Da hinten Da ist noch einer So So Dich will ich haben So Warte Hoch Genau So Jetzt Ja, ja Genau auf die Straße Genau dahin Erwischt Oh Quatsch nicht Nix gibt's So Wo ist der Bote Adieu Ja, nicht angeschossen werden Haben wir nicht geschafft Naja, egal, Rums Aber hat Spaß gemacht, das Ding mal wieder zu fliegen War ganz lustig